Der Sonntag wird mitgezahlt, zahlt er. Fast nur ganz enge Sätze, als er mal mit er. Ich klaue in Ausnahme, dass Alex Fennig gerade einen Satz nicht so echt verloren hat. Das kann ich auch mal machen. Und dann vielleicht Träfte zusammen zu haben. Hier bin ich nicht in diesem Satz. Rüben, Rüben, Spitzerknopf. Spannende aneinander. Alle Spiele komplett hingeschrieben. Auf YouTube, Rübener, Steinbrecher 2023. Sieht schon. Applaus Peter Hunduff ergibt kein Spiel verloren. Auch nicht, wenn der Gegner zweifacher Olympiastudier-Weltmeister und Obermeister ist. Das ist allerdings ein paar gesteckt. So war ich jetzt. Ich habe Schaden von der Linne vor oder gleich nach gewählt. So ein Name gerechtigt. Körbelige Arten. Und der ersatzte sich erstmal zu Hause. Schatzbeine. Der war zu hoch. Redeniert. Was ist das für ein Nachmittag, dass wir beide Duell gegen den 5. entscheidenden Tags. Außerdem, es gibt viel zu verwenden. Die deutschen Damen und Herren, es ist der beiden Europameisterin geworden im Team. Herzlichen Glückwunsch. Maxi Liede, den Tor.'s Tor. Dazu hertelte Zuschauer aus den anderen Bundeslinderspräsident der 2. losgelebt. Vielen Dank.